Musik Mein Name ist Matthias Hauer. Ich bin der Vorsitzende vom Bitburger Skatclub Herz Bube. Seit 25 Jahren machen wir ein Skatturnier hier in den Westeifel-Werken, wo in erster Linie die Volksbank auch mitmacht und uns sponsert. Dieses Geld und das Geld vom Skat wird dann zusammengespendet für die Westeifel-Werke. Ja, wir der Skatclub und die Volksbank sind in den 25 Jahren immer ein gutes Team, ein gutes zusammenarbeitendes Team gewesen. Und es ist uns gelungen, nur mithilfe der Bank auch eine große Summe, inzwischen bis zu 50.000 Euro, in den Jahren an die Westeifel-Werke spenden zu können. Mein Name ist Hermann Heinz. Ich bin hier am Werk Hermesdorf Standortleiter. Das Werk Hermesdorf ist ein Standort der Westeifel-Werke, der Lebenshilfe Bitburg, Down und Brüm. Wir beschäftigen hier zurzeit 208 zu Betreuende und etwas mehr wie 60 hauptamtliche Mitarbeiter. Wir stellen jetzt 25 Jahre unserer Räumlichkeiten dem Skatclub Herz Bube Bitburg und den Service zur Verfügung und sind eigentlich immer überaus dankbar, auch in Zusammenarbeit mit der Volksbank Eifel, da eigentlich auch sehr große Spenden zu erhalten. Die Spenden gehen bei uns, wie gesagt, in den Bereich KG und Sport. Zum Beispiel einige Beispiele. Wir haben es ermöglicht, einen Bodgerplatz hier in Hermesdorf zu errichten, eine Ballmaschine für Tischtennistraining oder Trainingsgeräte, mit denen auch schwache, ganz schwache Behinderte oder genicapte Behinderte Training machen können. Im Namen der ganzen Belegschaft und vor allen Dingen unserer betreuten Menschen möchte ich mich beim Skatclub Herz Bube und vor allen Dingen bei der Volksbank Eifel für die großzügigen Spenden in den ganzen Jahren ganz herzlich bedanken. Danke! Danke!